Ich bin im KI MOOC24, Teil von einer Lerngruppe, nennt sich Stable Diffusion Promptors. Wir prompten lokal mit der Bild-KI Stable Diffusion oder dem Diffusionsmodell Stable Diffusion und sind knapp zehn Leute. Da sind einige dabei, die mit Stable Diffusion noch nicht so viel gemacht haben. Deswegen würde ich mal ganz kurz so ein kleines Video hier aufnehmen und erzählen, wie man damit umgeht, wie man die Parameter einstellt und anhand von ein paar Beispielen das mal vorstellen. Ich selber mache das auf dem MacBook Air M1 mit DrawThings als App. Die gibt es auch für iOS, also für das Smartphone oder für das iPad. Von den Parametern her ist es aber prinzipiell in den anderen Tools, die Stable Diffusion verwenden, ähnlich. Ich habe auf Connect bei uns in der Community so ein kleines Lerntagebuch angelegt, wo ich meine Links sammle und ein bisschen beschreibe, was ich so mache. Und da ist ganz unten, hier bei den Links, ist das sogenannte Stable Diffusion Prompt-Book verlinkt von OpenArt. Und das würde ich so allen zum Einstieg empfehlen, weil das ein recht schön bebildertes Dokument ist, was eigentlich einem die Basics zumindest mal beibringt. Ich habe das hier mal aufgemacht. Es sind zwar über 100 Seiten, aber es sind sehr viele Bilder drin, also keine Angst vor der Länge. Da wird mal erklärt, was Stable Diffusion eigentlich ist, wie das Prompt-Format ist. Das ist ja doch recht anders als zu Text-KI, wie man in Prompt sogenannte Modifiers und Magic Words verwenden kann, wie man die Parameter einstellt. Also da muss man am Anfang so ein bisschen mit rumspielen. Was ich schön finde an dem Dokument ist, dass bei den Beispielen, also die ganzen Beispiele hier drin, sind gepromptet mit Stable Diffusion. Und da stehen in der Regel überall auch die Prompts mit dabei, sodass man sich da viel abschauen kann. Für das Beispiel, was ich jetzt zeige, würde ich hier mal auf der Seite 8 diesen kleinen Superman, Funko Pop Superman verwenden. Man sieht hier auf der Seite, links auf der Seite stehen im weißen den Prompt. Den kopiere ich mir mal. Modelle Stable Diffusion. In der Regel, wenn Stable Diffusion da steht, ist das SDXL 1.0. Ein Modell, was quasi für quadratische Bilder gemacht ist. Das ist dementsprechend hier auch 512 mal 512 als Auflösung. Der Seed, sozusagen der Samen, der den Zufall generiert am Anfang, 70, 455. Skalierung erklärt gleich noch was. Das ist 13 und die Steps 25. Und der Sampler, ein D-Dim-Sambler, auch damit muss man am Anfang ein bisschen ausprobieren. Das ist sozusagen der Algorithmus, der aus dem Rauschen Stück für Stück das Bild macht. Ich lasse das hier mal offen, weil dann können wir hier dann nachher nochmal hin zurückspringen. Geht es mal auf Stable Diffusion rüber. Ihr seht das, was ich euch gerade gezeigt hatte. Die kleine Grafik für den Peerfinder-Gruppe hatte ich auch mit Stable Diffusion erzeugt. Ich würde jetzt aber mal hier einfach ein neues Projekt anlegen, ein leeres. Da kommt bei DrawSync jetzt auch immer so ein Beispiel-Prompt mit. Den lösche ich mal raus und kopiere den einfach mal hier rein. Da sind schon immer noch so ein Zeilenumbuch drin. Den nehme ich mal raus. Und das Erste, was man mal finden muss und sich anschauen muss, ist hier links. Da steht hier einmal Basic. Das sind so die Basic-Parameter. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich die alle. Da ist jetzt hier schon vorausgewählt SDXL. Wenn ihr das neu installiert, müsst ihr das einmal runterladen. So ein Bild-Diffusionsmodell hat in der Regel so 4 GB ungefähr Größenordnung. Also das habe ich ausgewählt. Lora mache ich vielleicht später mal noch ein Video dazu. Also über die Sachen, die ich nicht nutze, springe ich mal drüber. Der Seed hier. Was hat man hier? 70, 4, 5, 5. Also den würde ich mal hier reinkopieren. Enter as Seed. 70, 4, 5, 5. Image-Size. Quadratisch. Man sieht hier, gibt es verschiedene Seitenverhältnis-Aspekte. Also können wir auch 16 zu 9 Bilder machen. Soweit ich das weiß, sind die meisten Bildmodelle darauf getrimmt, 1 zu 1. Also quadratische Bilder zu machen. Das heißt, ich lasse das jetzt mal hier auf 512 mal 512. Steps heißt, wie viele Schritte werden sozusagen mit dem Modell gerechnet, um das Bild zu erzeugen. Das sind hier 25 Schritte in dem Beispiel. Dann geben wir hier mal sozusagen die Schritte auf 25. Und jetzt kommt die sogenannte Text Guidance. Das ist, was hier genannt ist Scale, CFG, Scale oder Text Guidance. Das ist sozusagen, wie stark der Prompt das Bild beeinflusst. Bei den meisten Guidelines steht da drin, man soll so zwischen 7 und 10 quasi verwenden. Die haben jetzt hier 13 in dem Beispiel. Also stellen wir den auch mal auf 13, die Text Guidance. Ups, falsch, jetzt habe ich die Steps. Steps waren 25. Text Guidance war 13. Also LS. Genau, und dann müssen wir hier nochmal auf Advanced. Also wir waren jetzt auf dem Basic Reiter, nochmal auf den Advanced Reiter, weil dort nämlich der Sampler ausgewählt wird. Und hier, die haben als Sampler den D-Dim verwendet und das würde ich jetzt im ersten Schritt auch mal machen. Gehe hier auf D-Dim. Ich klicke jetzt gleich auf Generate. Im Video schneide ich ein Stück raus, weil je nachdem, was ihr für einen Rechner habt, dauert das eine Weile. Auf dem MacBook dauert das so 10 Sekunden. Aber dem wollt ihr ja nicht zuschauen. Also ich klicke auf Generate und dann wird man aber sofort das Bild sehen. So, also da haben wir unseren Fungo Pop Superman. Das sieht relativ ähnlich aus, wie der, den man hier sieht. Die Hände sind so ein bisschen detaillierter. Hier kann man sehen. Aber ansonsten von der Figur sieht das ganz gut aus. Ich hatte vorhin mal einen Test gemacht. Da hatte der noch so eine komische Taucherbrille auf am Anfang. Weiß nicht, wo die hergekommen ist. Aber man kann so sehen, mit 25 Schritten kriegt man da schon ein recht brauchbares Ergebnis. Ich würde euch jetzt mal zeigen, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel die Anzahl der Schritte runterstelle. Also wir könnten auch mal sagen, wir wollen ein bisschen schneller sein. Stellen die Schritte mal auf 5. Schmeißen wir das Ganze nochmal an. Man sieht quasi, bei 5 kommt gar nichts raus. Das Bild ist überhaupt noch nicht entrauscht genug. Es entstehen zwar so erste Strukturen. Das hat aber mit unserem Superman noch nichts zu tun. Also gehe ich mal 5 hoch und mache das Ganze mit 10 Schritten. Ja, auch da steckt noch nicht so viel Superman drin. Also gehen wir nochmal 5 hoch, machen 15 Schritte. So, man sieht, das Bild konvergiert schon ganz gut. Hier so an den Rändern, das sieht irgendwie eher so wie so ein Darth Vader Umhang in blau aus. Also da könnte schon noch ein bisschen Feinarbeit notwendig sein. Den mit 25 Schritten haben wir ja schon gesehen. Ich drehe jetzt hier einfach mal die Anzahl der Schritte hoch auf 100. Und schauen wir mal, was da rauskommt. So, das hat jetzt durchaus mal so 2-3 Minuten gedauert. Habt ihr natürlich nicht gemerkt, ich habe es geschnitten. Aber man kann jetzt hier sehen, im Vergleich zu unserem ersten hier, der in 25 Schritten gerendert ist, wo ganz viele Sachen noch unscharf sind, die Hände unklar sind, wird es jetzt hier viel deutlicher. Die Finger sind sichtbar, schön. Die Schatten sind viel schöner, als sie vorher waren. Hier auch der Umhang mit dem Schattenwurf am Boden. Also das wäre so ein Tipp zu sagen, man startet erstmal mit wenig Schritten, damit es ein bisschen schneller geht. Wenn man dann einen Ansatz gefunden hat, dann kann man nochmal schauen, die Schrittanzahl hochzudrehen. Und das eben etwas detaillierter zu machen. Man muss aufpassen, dass man den Seed wirklich fixiert, wenn man einen guten gefunden hat. Weil wenn man den auf zufallsbasierte Seeds stellt, dann kann es sein, dass von Bild zu Bild, man dreht dann die Anzahl der Schritte hoch und dann kommt aber trotzdem ein ganz anderes Bild raus. Ich würde euch jetzt motivieren, einfach wenn ihr einsteigt, damit mal ein bisschen rumzuspielen. Versucht mal die Sachen aus dem Prompt-Book nachzuprompten. Überlegt euch auch eure eigenen Use Cases. Versucht die zu prompten. Durch die Übung kommt man da am besten weiter. Ich würde euch so ein paar Sachen noch zeigen, wenn ihr da dann sozusagen euch sicher fühlt, was ihr dann tun könnt. Auf der einen Seite mal sammeln sich hier einen Haufen Bilder an, die man dann vielleicht gar nicht haben will. Die kann man dann wegschmeißen. Rechte Maustaste drauf, Delete. Dann verschwinden die hier in der Historie. Alle Bilder, die hier bleiben, wenn ich da draufklicke, sind dann sofort die Einstellungen wieder da, die ich verwendet habe. Also wenn ich merke, ich laufe hier irgendwo in die Irre mit irgendwas, kann ich immer wieder zu dem Bild zurück und habe sofort die Einstellungen, die ich da verwendet habe. Wenn ich das Bild dann habe und will es irgendwo verwenden, hier oben rechts im Eck ist das Download-Icon. Da kann man sich das Bild dann runterladen. Das ist was. Man kann es dann, was weiß ich, soziale Medien posten oder einen Blog stellen oder so. Das ist etwas, wenn man mal mit verschiedenen Modellen neben dem SDXL rumspielen will, ist dann hier so, dass man hier oben sieht, welche Modelle man sich runtergeladen hat. Das SDXL Turbo ist zum Beispiel eines, was schneller den Diffusionsprozess macht. Also da hat man manchmal mit fünf bis zehn Schritten schon sehr gute Ergebnisse. Und dann gibt es eine ganze Menge weiterer. Da mache ich vielleicht nochmal ein eigenes Video dazu. In meinem Lerntagebuch steht so ein bisschen beschrieben, welches Modell sich von denen dafür eignet. Da kann man sich aber auch schön verlaufen, indem man die alle ausprobiert. Also da, ich würde erstmal bei dem SDXL vielleicht bleiben. Dann gibt es hier die sogenannten LORAs. LORAs sind Low-Rank Adoptions. Also da kann man sozusagen in einem Prozess, der einfacher ist als Feintuning, zum Beispiel sich ein LORA runterladen von Civid AI, was dann Bilder generiert im Stil von Lego oder im Stil von Herr der Ringe oder im Stil von Disney und Pixar. Das heißt, man verwendet das gleiche Basismodell, um Bilder zu generieren und sagt dann aber durch dieses LORA zum Beispiel, ich hätte jetzt gerne eine Mickey Mouse oder einen Goofy auf dem Bild. Und das sieht dann in der Regel deutlich besser aus, als wenn man das mit dem Basismodell macht. Man kann hier, wenn man auf Manage klickt und dann hier unten auf Training, kann man sich auch eigene LORAs trainieren. Das ist zum Beispiel eines meiner Lernziele. Ich würde gerne so ein LORA trainieren auf mein Gesicht, sodass ich mich sozusagen jetzt in so ein Superman-Bild, wenn ich das wollte, quasi mit meinem Gesicht auch reinrendern kann. Das kann man dann auch verwenden, wenn man zum Beispiel Produktfotos macht oder so. Wenn ihr ein Produkt habt, dann könnt ihr quasi Bilder generieren, wo euer Produkt sauber dargestellt ist. Einfach weil ihr ein LORA habt, was das Produkt kennt. Controlnet sind ganz spannend. Da kann man zum Beispiel so kleine Skizzen oder bestehende Bilder verwenden, um den Bildgenerierungsprozess zu steuern. Also, was sehe ich, eben halt ein Flugzeug mit Herzen außenrum, einfach nur auf einen Zettel, gibt es als Controlnet rein und kriegt ein Bild generiert mit einem Flugzeug und Herzen außenrum, aber sauber gerendert. Das heißt, man steuert da so ein bisschen, wie der Bildaufbau ist. Sieht, es hat man schon Image Size, Steps. Genau, man könnte hier unten die Batch Size höher stellen. Wer mit Journey promptet oder mit dem Microsoft Designer zum Beispiel, da kriegt man ganz oft zu einem Prompt vier Beispiele, aus denen man sich dann auswählen kann. Das kann man hier auch machen. Ich mache es meist nicht, weil am Ende braucht es halt auch die vierfache Zeit. Es werden halt einfach vier Bilder hintereinander gerendert. Genau, dann haben wir hier oben noch, das zeige ich euch vielleicht mal noch, so Upscaler. Ja, also ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt ein 512x512 Bild gerendert. Wenn ich das jetzt zum Beispiel in einem 16 zu 9 Foliensatz verwenden will oder in einem Full HD Video, dann brauche ich ja ein größeres Bild. In der Regel ist es besser, quasi mit dem Bildmodell quasi ein kleineres Bild zu rendern und das dann hoch zu skalieren. Und da kann man zum Beispiel so einen Upscaler oder diesen Real ESR-Gen X4, also der macht einfach vierfache Vergrößerung. Das heißt, da würde dann 512x512 Bild 2000 Pixel hoch werden. Dauert aber letztendlich auch länger. Und hier zeige ich euch mal noch die Sampler. Da bin ich selber auch noch nicht so firm, muss ich gestehen. Auch eins meiner Lernziele, da mich mal ein bisschen reinzufuchsen und mal zu schauen, mit welchen Samplern man da arbeitet. Viele verwenden diesen DDIM oder auch die DPM-Sampler. Aber was das genau bedeutet und wie sich das auf Sampling auswirkt, das kann ich jetzt in dem Video noch nicht erklären. Vielleicht am Ende des MOOCs dann. Refiner-Modelle, das ist vielleicht noch ganz spannend. Ihr seht, hier gibt es zum Beispiel einen SDSL-Refiner auf V1.0. Das ist so ein bisschen wie die Grobarbeit an dem Bild und dann die Feinheit, die Details, die Kleinigkeiten in dem Bild. Es gibt in der Regel bessere Ergebnisse. Und man kann dann sozusagen hier einen Refiner-Start einstellen. Standardmäßig steht er auf 80%. Das heißt, das SDXL-Modell macht die ersten 80%, den Grobschnitt. Und der Refiner macht dann die 20% Feinheiten. Also auch da könnt ihr gerne mal schauen und ausprobieren. Wie gesagt, Übung macht den Meister oder die Meisterin an der Stelle. Über meinem Videobild steht ein QR-Code. Der führt euch zu dem Lerntagebuch. Also da, wo die Links drin sind. Das hatte ich ja vorhin schon mal gezeigt. Und da werden jetzt auch Stück für Stück die weiteren Links einfach mit auftauchen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr Erfahrungen macht, teile gerne als Kommentar an dem YouTube-Video oder auch in den Kanälen, die wir im MOOC verwenden.